Servus Leute und willkommen zu einem neuen Marktupdate auf dem FinanzWG-Kanal. Mein Name ist Liam und ich werde heute mit euch wie immer die wichtigsten News dieses Tages ansprechen. Ja, erstmal kommen wir hier zu den Leitindizes, da hat sich aber, wie im Gegensatz zu den letzten Tagen, immer noch nicht viel geändert. Beim Dow Jones sehen wir hier immer noch ein Level von ungefähr 30.000, beim DAX sind wir immer noch zwischen den, ja sagen wir 13.100 und 13.300 Punkten. Da hat sich auch noch nicht viel geändert, wir befinden uns bei beiden immer noch in einer kleinen Konsolidierungsphase. Ja, dann wollte ich natürlich nochmal auf eine der interessantesten IPOs eingehen und zwar die IPO von Airbnb. Und zwar haben sie ja angekündigt, sie haben den Preis der Aktie ja nochmal erhöht auf ungefähr 65 Dollar vor IPO und dann ist die Aktie wirklich mit, ich glaube, 140 Dollar gestartet. Und das ist schon ziemlich stark, das ist mehr als doppelt so viel, als sie erwartet hatten und auch das gerade für ein Unternehmen, was jetzt in der Corona-Phase eigentlich nichts sonderlich groß machen kann. Sie machen Verlust, sie haben recht geringe Umsätze und das ist ja jetzt auch erst in nächster Zeit nochmal nicht so ganz größer zu erwarten. Vielleicht, wenn die Impfstoffe kommen, wird das dann langsam besser, aber theoretisch ist Airbnb nicht besser als die anderen Reiseunternehmen. Und dass da jetzt schon so viel eingestiegen wird und dass die Aktie jetzt schon so, ich sag mal, überbewertet ist, finde ich schon ziemlich krass. Ja, dann nochmal zu Disney. Disney hat angekündigt, das Serienangebot nochmal zu vergrößern. Und zwar wollen sie mehr Star Wars und Marvel Filme rausbringen, äh Serien, Entschuldigung. Und davon etwa 10 Stück und somit setzen sie halt immer mehr und mehr auf Disney Plus. Und das funktioniert sehr. Wir sehen hier sehr gute Kursentwicklungen heute bis jetzt plus 8%. Das ist ziemlich stark. Hier könnt ihr auch mal meinen Einstieg bei Disney sehen, bei dieser roten Linie hier bei 95 Euro. Und ja, ich finde die Firma hat auf jeden Fall sehr großes Potenzial, vor allem wenn jetzt bald dann die Themenparks wieder öffnen können, mit denen sie ja auch schon außerordentlich große Profite machen. Ja, dann noch zur letzten News. Amazon und Google hat von Frankreich eine Klage reingedrückt bekommen, beziehungsweise muss Strafe zahlen, weil sie Cookies mit, die zur Werbenutzung dienten, auf die PCs von Nutzern geladen haben. Amazon muss dort 35 Millionen Euro Strafe zahlen und Google muss 100 Millionen Euro Strafe zahlen. Dass das an den Kursen der zwei Riesen nicht sonderlich kratzt, ist natürlich auch uns allen klar. Man sieht hier kaum im Minus Amazon und Google ist gerade mal 0,5% im Minus. Ja, das war es schon zu den interessantesten News heute. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da. Ansonsten sehen wir uns zu einem nächsten Video in der nächsten Woche. Bis dann, ciao! – Ciao!